Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Freunde, heute reden wir über WWEs Payback, denn das Premium Live Event steht an diesem Samstag und natürlich wieder nachts. Aber ja, so sieht's aus. Wir gucken hier natürlich erstmal über die Card. Das heißt für dich Abo dalassen, Glocke aktivieren, Kanalmitglied werden und natürlich auch deine Meinung zu den Matches gerne in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, wer am Ende Recht behält und das Ganze hier richtig vorhergesagt hat. Wir starten die Show mit Rey Mysterio gegen Awesome Theory um den US-Titel. Rey Mysterio hat den relativ spontan, überraschend, erst vor kurzem gewonnen. Und deswegen sehe ich eigentlich hier nicht, dass der Titel sofort wieder zurückwechselt, aber ja, könnte natürlich auch sein. Denn wäre zwar trotzdem irgendwie komisch, warum man den jetzt unbedingt für zwei Wochen hätte zu Rey geben müssen. Aber okay, also ich gehe eher davon aus, dass man hier schon sich irgendwas dabei gedacht hatte, Rey den Titel zu geben. Und deswegen kann das hier ganz gut werden, indem man dann Rey auch den Titel gewinnen lässt, beziehungsweise verteidigen lässt. Was hier natürlich noch so eine Rolle spielt, ist Santos Escobar. Der sollte eigentlich im US-Titel-Match stehen. Sollte vielleicht möglicherweise jetzt eigentlich Champion sein. Das heißt, vielleicht könnte man da irgendwie eine Fede anbringen, dass Santos vielleicht gegen Rey turnt und dass er so den Titel wieder verliert. Oder dass Santos erst danach gegen Rey turnt, um sich selbst als nächsten Contender aufzubauen. Das sind auf jeden Fall alles erstmal Möglichkeiten. Dann geht's weiter mit LA Knight gegen The Miz. Meiner Meinung nach eine schöne Fede, auch wenn sie ein bisschen aus dem Nichts kam. Aber doch, The Miz hat diese Woche bei Raw nochmal eine schöne Promo als LA Knight gehalten. Und das fand ich alles sehr, sehr nice und hat mir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Spaß für dieses Match gemacht. Ich glaube, das wird ganz cool. Vor allen Dingen, glaube ich, kann man auch coole Sachen einbauen, weil LA Knights Finisher und der Finisher von The Miz sind ein bisschen ähnlich. Von The Miz ist ja von hinten greifen und auf den Boden schlagen zum Facebomb. Und von LA Knight ist es gleich nur anders gegriffen. Aber halt technisch gesehen fast der gleiche Move. Ich glaube, da kann man coole Konterketten draus bauen. Deswegen hoffe ich mal, dass das hier auch ein ganz feines Match wird. Und dass wir den Push von LA Knight hier auch weiter voranbringen, indem wir ihn hier gewinnen lassen. Dann gibt es einen Grayson-Waller-Effekt, die Talkshow mit Cody Rhodes. Warum auch immer. Man wollte Cody halt irgendwie einbauen, aber man hat keine Fede für ihn. Deswegen gab es hier dieses Ding. Ich würde hier daraus eigentlich eher ein Match machen, weil warum nicht? Kann man ja machen, indem man sich hin und her labert erstmal und dann halt doch noch irgendwie ein Match baut. Aber das halbt mich jetzt eigentlich nicht so wirklich. Denn, ja, einfach so ein bisschen rumgelabert, eine Talkshow. Weiß nicht, ob es das jetzt hier so bringt für den Pay-Per-View. Dann geht es weiter mit dem Tag-Team-Titel-Match. Und zwar Finn Balor zusammen mit Damian Priest gegen Sami Zayn und Kevin Owens. Und um ehrlich zu sein, erschließt sich dieses Match für mich überhaupt nicht. Ich finde das absolut dumm, dass dieses Match auf dieser Karte steht. Warum? Weil wir dieses Match schon ungefähr 600 Mal in den letzten Wochen bei Raw hatten. Dieses Match haben wir in sämtlichen Konstellationen. Immer mal Seth Rollins dabei, dann mal ein Cody dabei, mal Dominik rein, Dominik wieder raus und so. Also, ich sehe jede Woche dieses Match. Mich juckt das einfach überhaupt gar nicht. Zumal ich glaube, dass hier der Titel auch nicht wechselt, weil ja Judgment Day sowieso sich gerade nicht einig ist. Also, warum sollte man in dieser Konstellation, wo Judgment Day eh nicht miteinander klarkommt, den auch noch die Tag-Team-Titel dazugehen? Das, weiß ich nicht, erschließt sich mir nicht so wirklich. Und ja, deswegen glaube ich auch irgendwie nicht so richtig, dass man hier irgendwie einen Titelwechsel ansetzt. Hier wird man sicherlich noch weiter diesen Twist im Judgment Day mit reinbauen. Aber trotzdem, das Eigenartige ist ja auch noch, dass diese Woche bei Raw gab es die Viking Raiders gegen New Day. Und die Viking Raiders haben gewonnen. Wäre denn nicht eigentlich besser, die Viking Raiders um die Titel anzutreten zu lassen? Oder von mir aus zwei Titelmatches zu machen? Weil immerhin sind es ja auch zwei Titel. Wäre das nicht mal eine Möglichkeit? Also, ja, das finde ich alles super eigenartig. Keine Ahnung, muss nicht sein. Vielleicht sagt hier auch noch in dem Match, dass Damien Priest keinen Bock hat, mit Finn Balor anzutreten, bevor das Ding ankommt. Und JD McDonough sagt, ey, ich würde es machen. Ich würde mit dir hier antreten. Und dann haben wir JD McDonough mit Finn Balor. Dann würde ich sogar die Titel wechseln lassen. Dass man halt, dass man sieht, ey, Judgment Day, wenn JD dabei ist, habt ihr mehr Erfolg. Das wäre noch eine Konstellation, die würde ich sogar sehen und die würde ich auch feiern. Aber das in der Form. Sinnlös. So, dann geht es weiter mit einem Steel Cage Match zwischen Trish Stratus und Becky Lynch. Ja, die kloppen sich ja schon seit einiger Zeit, da jetzt das nächste Match mit reinzuballern. Ja, juckt mich, um ehrlich zu sein, nicht so krass. Ich würde hier eigentlich, damit das noch irgendwie ein bisschen mehr Sinn hat, eine Konstellation reinbauen, von wegen, jo, wer auch immer dieses Match gewinnt, wird um den Women's-Titel antreten. Da kann ich noch mit leben, weil dann hat man wenigstens noch so, boah, krass. Wenn Trish hier gewinnen würde, würde sie um den Women's-Titel, das wäre auch krass. Und Becky kannst du jederzeit um den Women's-Titel antreten lassen, deswegen ist das nicht so. Aber dann hast du wenigstens die Trish-Komponente noch mit drin. An sich ist es hier einfach wirklich scheißegal. Becky Lynch wird das Ding hier gewinnen. Zoe Stark wird wieder eingreifen, trotzdem wird es Becky machen. Und dann haben wir das, was wir halt jetzt haben, halt einfach so, oh ja, cool, tolles Steel-Cage-Match. So, dann geht es weiter, wenn wir schon über die Frauen reden. Rhea Ripley wird gegen Raquel Rodriguez antreten. Ja, auch hier ist die Feder eigentlich ganz cool gemacht. Ist sogar schon fast die beste Feder auf dem ganzen Pay-Per-View-System, bis auf das L.A. Night-Ding vielleicht noch. Und, ja, geht fit. Auch hier Titelwechsel würde aktuell einfach überhaupt keine Rolle spielen. Denn Rhea Ripley ist immer noch extrem im Hype. Die ganze Judgment Day-Geschichte ist immer noch extrem im Hype. Warum jetzt den Titel wechseln lassen, sehe ich überhaupt nicht. Und deswegen muss das meiner Meinung nach auch nicht passieren. Ja, Raquel ist ganz cool, aber sehe ich ja eigentlich nicht als Champion. Und dann, Freunde der Nacht, haben wir noch Seth Rollins gegen Shinsuke Nakamura. Auch hier geht es um den World Title. Und um ehrlich zu sein, ich sehe, dass hier auf jeden Fall sehr klug gearbeitet wurde, indem man sagt, es ist nicht so eindeutig. Ähm, normalerweise, wenn das jetzt hier nicht mit dem Rücken so rausgekommen wäre, dass der Rollins eigentlich verletzt ist, dass er eigentlich Probleme mit dem Rücken hat, schon seit einiger Zeit. Äh, und man das hier wirklich auch als Story verbindet, hätte ich gesagt, ja, Rollins wird gewinnen, ist halt einfach so ein kleiner Gegner zum Abfrühstücken mal nebenbei. Aber, diese Konstellation bringt mir dann doch schon ein bisschen Zweifel daran. Ähm, Shinsuke den Titel zu geben, wäre jetzt nicht scheiße. Shinsuke ist hammergut, warum nicht? Ähm, aber, ja, also, die Konstellation mit dem Rücken ist halt das Ding so. Weißt du, dann ist halt die Frage, wie verletzt ist Seth Rollins wirklich? Muss er vielleicht eine Pause machen? Müsste man jetzt vielleicht sagen, okay, wir müssen den Titel jetzt relativ schnell von ihm wegnehmen? Äh, Cody da gleich reinzudrücken, wäre auch irgendwie zu offensichtlich oder so, keine Ahnung. Ähm, vielleicht wäre es nicht schlecht, denn wirklich erstmal einen Übergangschampion zu haben für die Zeit. Und da ist Shinsuke ja nicht der Falscheste, den man hierfür nehmen könnte. Shinsuke ist super, kann man immer bringen. Hm, finde ich schon sehr spannend eigentlich. Ähm, trotz allem, ich denke, Seth Rollins wird gewinnen. Aber das ist halt die Frage, es weiß ja keiner, wie verletzt er ist. Wann braucht er irgendwie eine Pause und so weiter. Das ist halt das Ding. Jetzt kann er nur spekulieren. Aber, trotzdem, ich glaube, Rollins wird das Ding noch machen. Ähm, und bleibt Champion. Auch Rollins ist aktuell immer noch übelst im Hype. Wenn die Rückenverletzung nicht wäre, würde ich Easing Win sagen. So ist es ein bisschen schwierig vorherzusagen, aber auch hier würde ich sagen, Wir hoffen da aufs Beste, dass die Rückverletzung nicht allzu schlimm ist und dass er noch weiter antreten kann und dass er hier auch den Sieg holt. Und das war es dann auch schon mit der Card. Kein Roman Reigns, keine Usos, kein nichts, kein gar nichts. Ähm, ist halt einfach mal so ein, ja, kleiner Übergangs-Pay-Per-View von mir aus. Ähm, ich glaube, an sich ist die Card jetzt aber nicht schlecht. Ähm, da kann man viel draus machen. Ich finde es ein bisschen schade, dass Gunther gegen Chad Gable nicht noch auf der Card steht. Ähm, das hätte auf jeden Fall als Pay-Per-View-Match nochmal ordentlich gezündet. Ähm, ja, aber naja, so ist es erstmal soweit dazu. Also gerne, wie gesagt, eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Kuss geht an euch raus. Wir sehen uns, haut rein und ciao.